Was ist das? Hallo, Cécile! Was ist das? Ein Familienfoto. Sind das deine Eltern auf dem Foto? Ja, das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Wie alt sind sie? Sie werden beide 60. Ist deine Mutter Deutsche? Sie sieht aus wie eine Spanierin. Es stimmt. Ihre Großmutter war Spanierin. Aus Sevilla. Das ist eine schöne Stadt. Hast du noch Familie da? Nur eine alte Tante. Aber ich kenne sie nicht. Und wer ist der junge Mann da? Ein Freund von dir? Nein, mein Bruder mit seinem Sohn. Der Kleine wird morgen drei. Und die junge Frau ist meine Schwester. Sie ist schwanger. Sie ist sehr hübsch. Wie du. Was macht sie? Arbeitet sie? Ja, sie ist Lehrerin. Hast du auch ein Foto von deiner Familie? Vielleicht auf meinem Handy. Zeig mal. Tolles Smartphone. Ist es neu? Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk. Schau mal. Das ist ein schönes Foto. Meine ganze Familie am Strand in Sydney. Meine Großmutter spricht sechs Sprachen. Wo wohnt dein Bruder? Mein Sohn wird morgen acht. Mein Sohn wird morgen acht. zuh receiver, fünf�� none Kaitесь. Ach so rechercher. Ich muss mich euch mit deinem balanced stone.